Der Kaledonische Kanal verbindet die Ost- und Westküste Schottlands. Nur etwa ein Drittel des Kanals wurde künstlich geschaffen. Er verläuft beginnend im Nordosten bei Inverness durch folgende natürliche Gewässer. Moray Firth, River Ness, Loch Doch For, Loch Ness, Loch Euch, Loch Lochie, Loch Linhe und Firth of Lorn. Für den Bau des Kaledonischen Kanals war der berühmte schottische Ingenieur Thomas Telford verantwortlich. Der Kanal wurde von 1803 bis 1822 gebaut. Der Bau diente zur Zeit der Highland Clearances auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Kanal erreichte nach seiner Fertigstellung nicht die wirtschaftliche Bedeutung, die ihm zuerst beigemessen wurde. Heute dient er hauptsächlich der Erholung und dem Tourismus. Er wird seit 1963 von British Waterways bewirtschaftet. 2007 wurde der Kaledonien-Kanal von der American Society of Civil Engineers in die List of International Historic Civil Engineering Landmarks aufgenommen. Um die Höhenunterschiede der einzelnen Lochs auszugleichen, bedarf es 29 Schleusen. Die Gesamtlänge des Kanals beträgt 97 Kilometer. Der Streckenverlauf Die Gesamtlänge des Kanals beträgt 97 Kilometer.